Der Teufel ist eine personelle und reale Gestalt, ein mächtiger, gefallener Engel und Jesus Christus bezeichnet ihn als Fürst der Welt. Der Teufel bringt Böses und Antigöttliches in die Menschheit, in den einzelnen Mensch hinein. Er beeinflusst die Menschen innerlich und verblendet ihr Verstand, damit sie nicht Jesus Christus annehmen, damit sie nicht an Christus und seine gute Botschaft glauben, damit du nicht glaubst. Beeinflusst er die Menschen, alle Bereiche und alle Ebenen der Gesellschaft durch Medien, durch Trends, durch Filme, Serie, Computerspiele, Comics, durch Strömungen, Meinungen, Ideologien und vieles mehr. Er beeinflusst die Menschheit und dich, damit du nicht an Jesus Christus glaubst. Entscheide dich dagegen und setze dein Vertrauen auf Jesus Christus, denn er rettet dich aus der Gewalt des Teufels, der du noch ausgesetzt bist, solange du nicht Jesus als deinen Retter angenommen hast. Er beeinflusst das für die Menschheit undurch condensgef microfemiterium auch